Und damit heiße ich euch wieder einmal herzlichst willkommen zurück zu meiner Runde Paladins. Ich weiß nicht warum der jetzt vom Heiler auf Tank geswitcht hat, er wird schon seine Gründe dafür haben. Ist aber auch egal, wir werden das schon irgendwie hinkriegen. So, Belagerung spielen wir. Also das bedeutet, ich glaube wir müssten den Payload durchschieben, soweit es geht. Mit zwei Tanks, warum nicht? Je nachdem wie sich die DDs anstellen, kann das Ganze gut oder schlecht. Ich finde die gut. Ja, das sind unsere Sachen, das sind unsere Fähigkeiten. Wir können für vier Sekunden lang unverwundbar werden, beziehungsweise nicht unter 1500 Leben fallen Flächen. Wir können schlafen ein Schild, wir haben einen Charge, wir haben einen Flammenwerfer und wir haben einen Feuerball, den wir schießen können. Wir werden jetzt Refugium, nee, wir werden einmal erst auf Kautarisieren gehen, weil wir einen Flächenangriff haben. Ja, was können wir noch? Unser Charge gibt uns ein tausender Schild. Unser Schild sollte unter 60% Leben fallen, heilt uns. Das sind unsere Karten jetzt. Ein bisschen Reduktion von Dingen und der... Das sind so die wichtigsten Sachen, der Charge ist das Wichtige. Ach nee, ich bin in der Argo. Kurz noch mal das Schild geholt, sehr gut. Verschwinde! Alles in Ordnung. Wir stehen hier auf dem... Alles schön. Der Gegnerische Heiler ist irgendwie nie da, oder? Ich kann nur sagen, dass er gerade down ist. Er ist so ein schön arroganter Typ, ist es denn. Das ist einfach ein Traum. Ja, was wollte ich sagen? Ja, wenn ich reincharge... Man nennt es Strafen, mein kleiner Freund. Wenn ich reincharge, krieg ich halt ein schöner Schild. Oder halt, wenn ich rauscharge, dann hat er... Nein! Oh, da macht der... Da zieht er seinen Eldy, der sagt. Aber ist okay. Deines maximalen Lebens... Heilsame Tötung... 10% Lebensraub. Ich glaube, das würde sich nicht rechnen. Ich glaube, das... Refugium macht quasi. Ich glaube, das würde sich nicht rechnen. Ich glaube, das würde sich nicht rechnen. Ich fühle mich stärker. Komm, ich bin. Was ist da? Was ist das? Du bist hier nicht willkommen. Du bist hier nicht willkommen. Die Power ist Overwhelming! All their dies shall be healing. Reach for the sky! Awesome effort. 30 seconds remaining. It's just a breakthrough. Perfekter Konter. Oh, richtig sick. Hab das gesehen. Also, pass auf. Der Kollege hat... Ich muss hier mal ganz kurz... Ja. Äh... Der Dragon aus dem gegnerischen Team, er hier, hat seine Ulti gezündet, die beim Aufprall jeden tötet. Egal, ob Tank, whatever. Und meine Ulti zeigt... Ist dafür gedacht, dass ich nicht sterben kann. Also, niemand in meiner Umgebung kann zu diesem Zeitpunkt sterben. Kann unter 1500 Leben fallen. Richtig geil. 5, 4, 3, 2, 1. Richtig schön. Ich bin froh, dass das noch geklappt hat. Das war ziemlich close. On point. Hat er direkt wieder sein Ulti gezündet. Er verwandelt halt in so ein Hühnchen und dann hat man da sehr wenig Leben. Ich glaube, da hat man nur 1000 Leben oder so. Ist halt ein Tankkiller. Also, die Ulti-Mate. Dann muss er halt sehr schnell wegrennen. Hallö. Oh, wenn die stürmen. So, wir haben den Paleout. Ja. Kommen sie nicht nochmal zurück. Ich weiß nicht, ob das clever ist, da Feuer reinzumachen. Wow, 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 wow. So, wenn ich mein Schild aufklappe, kann ich bis zu 60% Leben regenerieren. Durch die Karten. Genau, und das Herz der Karten. Oh. Du bist dran. Alles okay? Wir kriegen das. Ein bisschen weniger Schaden kassieren. Wie gesagt, wir haben keine Heiler. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Geh da mal, ja? Stronger Healer. Währenddessen ihr da Quatsch macht, schieb ich den Paleout weiter. Stopp, das ist klar für euch. Ender, Killing Spree. Quinten, hide me. Firing on me. Reach for the sky, you're done. Go. I return to the environment and embrace. Aufkommt hochheilen. Reduzierter Heilung, ihr Schwein. Also langsam mein Schild nicht kaputt machen, das ist alles okay. Das war ein Fail. Das war ein Fail. Nein, nicht schon wieder. Dieser Sack, ey. Warum denn der ist das scheiß Chicken, ey? Das ist unglaublich. Sieg. Okay, er hat es doch hingekriegt. Wollte schon sagen, jetzt ist er aber der letzte Millimeter, oder was? Champion Level 6 erreicht. Glaublich der erste? Ich dachte, er war nur noch viel. So, die Gegnerisch kennt. Okay. Was ist da los? Nein. Das ist total komisch. Und ich kam auch immer raus. Victory. Yes. So, Zielzeit. Meine Wenigkeit. Katsching. Gegner. Mit 840 Heilung. Bester Heiler. Bester Unterstützer. Das wäre mir ja ein bisschen peinlich, Alter. Muss ich ja mal ehrlich so sagen. Ja, war eine schöne Runde. Mit zwei Tanks sind wir mal so durchgelaufen. Ja, Fernando halt immer noch ein super starker Tank. Wie gesagt, er kann sich halt selber heilen. Hat ein riesiges Schild. Ein mobiles, riesiges Schild. Durch meinen Charge kriege ich auch nochmal ein Tausender Heilung. Äh, nicht Heilung. Ein Tausender Schild und der ganzen gleichen 37.000 habe ich nur geblockt. Das ist echt wenig. Das ist super wenig. Ich nehme das so hin. Macht es erst einmal gut. Ich hoffe sehr, dass es euch gefällt. Lasst ein Däumchen da. Würde mich mal freuen. Bis zum nächsten Mal. Alle Mitneiden. Tschau. Tschau.